Wusstest du, dass die beliebtesten deutschen Babynamen je nach Region unterschiedlich sind? In manchen Gegenden sind klassische Namen wie Marie und Paul gefragt, wo hingegen in anderen moderne Bezeichnungen wie Leon und Emma bevorzugt werden. Einige Gegenden tendieren zu längeren Namen, andere hingegen zu kurzen. In Norddeutschland stehen traditionelle Bezeichnungen wie Anna und Max hoch im Kurs. In Süden Deutschlands neigen Eltern zu moderneren Namen wie Sophie und Julian. Exotische Namen wie Samira und Mohamed finden in Berlin großen Anklang. Kurze Namen wie Mia und Ben sind im Rheinland sehr gefragt. Eltern in Baden-Württemberg neigen zu Namen, die eine Naturverbindung aufweisen, wie Lara und Lukas. Bayern zeigt eine Vorliebe für traditionelle Namen wie Maria und Johannes. Und in Ostdeutschland sind klassische Namen wie Sophie und Paul besonders gefragt. Für weitere Namen, klick hier. Wenn vier, vie es große und sagen.